Daniela Katzenberger spaltet mit ihrem neuesten Nackt-Video ihre Fans und muss sich viel Kritik gefallen lassen. Daniela Katzenberger, Dusch-Video spaltet die Gemüter ihrer Fans. Daniela Katzenberger, 37, steht seit Jahren in der Öffentlichkeit und ist entsprechend daran gewöhnt, auch immer wieder mal Hate und Kritik abzubekommen. Wie hart das letztlich wirklich für sie ist, verriet sie vor einiger Zeit im Interview mit RTL. Die schlimmste Nachricht, die ich je bekommen habe, war. Wenn ich so fett wäre wie du, würde ich mich umbringen. Das war so, wo ich dachte, krass, die Leute schrecken vor nichts zurück. So die TV-Blondine und verriet weiter. Die denken, weil ich Daniela Katzenberger bin, dass ich das nicht fühle. Dass mir das scheißegal ist. Das kann einem gar nicht scheißegal sein. Klammer Punkt 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 Klammer. Das beschäftigt mich. Und ich hasse das. Ich wünschte, ich wäre da anders oder könnte damit anders umgehen. Aber ich hasse das, wenn ich solche Kommentare mit ins Bett nehme. Wenn ich abends im Bett liege und denke. Warum? Warum sind die Leute so? Wie niveaulos, was diese Familie alles für Geld macht. Und nun geriet Daniela Katzenberger erneut ins Visier ihrer Kritiker. Die 37-Jährige teilte nämlich jetzt ein freizügiges Video von sich. Dass sie nahezu nackt in der Dusche zeigt. In dem Clip will sie Ehemann Lucas Cordalis, 56, zu sich in die Dusche locken. Der lässt sich nicht zweimal bitten und zieht sich sofort aus, um zu seiner Frau zu kommen. Doch hier erwartet ihn wortwörtlich eine heiße Überraschung. Dazu schrieb die Katze humorvoll bin Team Warmduscher. Doch das witzige Video finden offenbar nicht alle ihre Follower witzig. Im Gegenteil. Wie niveaulos, was diese Familie alles für Geld macht. Eigentlich schade, schreibt beispielsweise eine Userin. Eine andere meint. Und warum muss man das öffentlich zur Schau stellen? Doch es gibt auch Follower, deren Humor Daniela Katzenberger definitiv getroffen hat. Egal, was die anderen sagen. Ich mag das Video und ihr seht toll aus. Weitermachen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020